Hallo Leute, gestern haben wir Hopfen eingefangen, heute wird Hopfen gestopft und so haben wir heute den Hopfenstopfer. Zum einen den leckeren Citra Ale und zum anderen das Incredible Pale Ale. Das sind jetzt nur zwei Sorten vom Hopfenstopfer, mehr habe ich bei uns leider nicht entdecken können, aber es gibt da definitiv mehr von, werde euch auch mal wieder die Internetseite in die Infobox reinballern, damit ihr da mal schauen könnt, was die noch für leckere Spezialitäten haben. Das war es von mir, also ich sage euch eins, fangt den Hopfen, stopft den Hopfen und lasst es euch schmecken. Bis denne!